Herzlich Willkommen zu einer weiteren Live-Behandlung hier bei MAC Aesthetics. Heute dreht sich alles um die Joe-Line, die heute bei einem Mann unterspritzt wird. Natürlich mit einer natürlichen Hyaluronsäure, um seinem Gesicht etwas mehr Ausdruck zu verleihen und es auch natürlich markanter wirken zu lassen. Jetzt sieht man natürlich ein bisschen Blut. Für alle diejenigen, die das nicht sehen können, am besten jetzt einmal kurz weggucken. Natürlich denkt man dadurch, dass die Behandlung schmerzhaft ist, aber das ist gar nicht so, denn in dem Präparat selber ist auch noch eine Betäubung drin. Und ja, diesen Patienten sehen wir dann nach 10 Tagen zur Nachuntersuchung wieder. Dort wird gegebenenfalls auch noch etwas nachunterspritzt. Das ist ja der Sinn der Zufriedenheitsgarantie hier bei MAC Aesthetics. Und ich denke, jetzt wird einmal noch das Präparat etwas verstrichen und dann können wir uns aber auch zufrieden verabschieden und wünschen euch einen schönen Tag. Bis dahin. Vielen Dank. Vielen Dank.